Und da sind wir wieder, hier ist der Nachtzug in Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1887. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und heute geht es natürlich ein bisschen um die internationale Funkausstellung, die ich nach einigen Jährchen Abstinenz dann gestern doch mal wieder besucht habe. Und natürlich kennt man die meisten Trends, die einen so interessieren, aus dem Internet schon, bevor so eine Funkausstellung stattfindet. Aber es gibt ja auch die Dinge, die man nicht auf dem Schirm hatte, an die man vielleicht nicht mal gedacht hat und die einem dann dort über den Weg laufen. Und davon möchte ich euch heute ein bisschen berichten. Zum einen geht es jetzt gleich mal um einen neuartigen Geschirrspüler. Ihr alle kennt ja das normale Funktionsprinzip eines Geschirrspülers. Da dreht sich unten so ein kleiner Arm und oben unter dem Oberkorb auch. Und man fragt sich manchmal, kommt das Wasser denn damit wirklich in jede Ecke oder wie funktioniert das eigentlich? Ist es vielleicht auch der Dunst, der dann die Ecken reinigt, wo nicht direkt Wasser drauf trifft? Das meiste kommt ja immer wunderbar sauber aus dem Geschirrspüler. Aber es ist tatsächlich so, dass das Wasser nicht überall hinkommt. Und da hat sich jetzt eine Firma Gedanken gemacht und hat einen Geschirrspüler entwickelt, wo der Arm praktisch auf einem Schlitten vor und zurück fährt. Der Arm, der geht also über die Breite des Geschirrspülers und der fährt vor und zurück. Das nennt sich Water Wall. Das klingt natürlich ganz, ganz wichtig und hochtrabend. Und ich kann natürlich nicht sagen, weil ich dieses Produkt nicht besitze, ob er wirklich so funktioniert wie beworben. Aber angeblich schafft er das Geschirr in der Hälfte der Zeit zu spülen. Also Innovationen beim Geschirrspüler sind durchaus immer noch möglich. Natürlich gibt es dann auch noch die Problematik, dass das Geschirr nicht richtig trocken wird. Aber da hat ja beispielsweise Miele eine tolle Lösung gefunden. Die machen ja die Tür auf, wenn der Geschirrspüler fertig ist und damit der Dunst ein bisschen abziehen kann. Und dann kommt das meistens sehr gut trocken raus. Dann gibt es diese Scooter, von denen ich auch einen habe, mit dem man einfach selbstbalanciert rollen kann. Also so eine Art modernes Skateboard, elektrisch betrieben. Man stellt sich drauf, balanciert und rollt. Also mehr ein Segway ohne Stange. Die nachzugene Hamburg-Hörer, die schon länger mit dabei sind, wissen, wovon ich spreche. Und diese Dinger, die gibt es auch von einer deutschen Firma. Die heißt Hama. Ja, die machen nicht nur Handytaschen und Rucksäcke, sondern auch diese coolen Scooter. Und ich habe mich am Stand von Hama schlau gemacht. Meiner ist ja schon kaputt, den ich mir mal gekauft hatte und aus China schicken lassen habe. Kein Wunder, die haben dort nämlich so ein chinesisches Ding mal auseinandergenommen und ihr eigenes daneben geöffnet hingelegt. Leute, ich sage euch, kauft euch lieber für 400 Euro ein Richtiges als für 250 Euro eins aus China. Ich zumindest habe die Lektion gelernt. Nicht nur der Sicherheit wegen, sondern aus vielen anderen Gründen. Verarbeitungsqualität ist natürlich auch noch so ein Thema. Am Stand von Sharp gibt es den ersten 8K-Fernseher. Leute, Leute, Leute. Jetzt habe ich mir extra einen 4K-Fernseher vor einiger Zeit gekauft, obwohl die Rundfunkanstalten noch nicht mal 4K ausstrahlen. Und jetzt gibt es schon 8K. Ich weiß gar nicht, wie weit das noch gehen soll. Wenn man zum Schluss das Bild so gut hat, dass das menschliche Auge nicht mehr mithalten kann, dann wird es auch ein bisschen absurd. Von daher weiß ich gar nicht, ob ich es gut finden soll. Was ich aber zum Piepen finde, dass es die hochauslösenden Fernseher nur in riesigen Bildschirmdiagonalen gibt. Bei 55 Zoll geht es los und das ist für viele deutsche Haushalte wesentlich zu groß. Die meisten kommen am besten mit einem 40 Zoll Fernseher ein, wenn man die deutsche Durchschnittswohnung als Maßstab nimmt. Und das traurige, in 40 Zoll gibt es eben kein OLED-Display. Das kann man knicken. Von daher, da haben die Hersteller ehrlich gesagt, anstatt sie immer nach größeren Bildschirmweiten oder Diagonalen jagen, vielleicht mal die Aufgabe, das ein bisschen kleiner zu machen, damit man es auch in die Wohnung bekommt. Sonst hat man ja von diesen ganzen Spielereien gar nichts. Dann gibt es neue Kopfhörer, neuartige Kopfhörer, die alleine im Ohr halten sollen. Von der Firma Sony waren diese Teile. Ich habe immer das Problem, dass diese normalen Ohrstöpsel, die man sich so reinstellt, die fallen immer raus. Und jetzt habe ich gedacht, Sony hat das Problem gelöst. Haben sie auch, allerdings mit einem Kopfhörer, der mir schon nach 5 Minuten wehgetan hat und der total fummelig ans Ohr zu kriegen ist. Also dann doch wieder nur so eine halbe Innovation. Am Stand von Panasonic, da konnten sich die Damen verschönern lassen mit Hilfe von Produkten, die beispielsweise dafür sorgen, dass die Haut besonders gereinigt wird mit rotierenden Bürsten, aus denen das schäumt. Und dann gab es ein Gerät, mit dem man, wenn man die Haut eincremt, die Creme tiefer in die Hautschichten hineinbekommt. Durch einen elektrischen Fluss, der zwischen dem Handteil, was man da hält und der Creme und dem Körper da abläuft, habe ich mich kurzerhand entschlossen nachzufragen, ob ich es auch ausprobieren kann. Nicht, dass ich es nötig hätte, aber ich dachte, probierst du es einfach mal. Und ganz ehrlich, schöne Spielerei, hat Spaß gemacht, brauche ich aber nicht. Und viel jünger sehe ich damit auch nicht aus. Ach, vielleicht setze ich euch mal ein Bildchen davon rein. Heute hatte ich nämlich schon den Fall, da hat mir ein Nachtzug nach Hamburg-Hörer aus Stuttgart geholfen. Da habe ich einen Post nicht bei Facebook reinbekommen. Jetzt weiß ich richtig, wie es geht. Ich werde euch ein paar Bildchen in die Nachtzug nach Hamburg Präsenz bei Facebook reinsetzen. Da könnt ihr mich dann da am Schminktisch mal beobachten und natürlich auch ein paar Innovationen bestaunen. Dann habe ich mir einen Sprechertest gegönnt. Bei NTV konnte man sich, ja die nennen das Moderatoren-Wettbewerb, es hat natürlich gar keine Bedeutung, weil wenn NTV irgendwas nicht braucht, dann sind es Moderatoren. Aber man kann mal in so einem Nachrichtenambiente sitzen und bekommt dann das Video von sich zugeschickt. Leute, ich schicke das Video weiter und packe es auch bei Facebook rein, wenn ich das hinkriege. Wenn nicht, dann muss ich einen Nachtzug nach Hamburg-Hörer in Stuttgart fragen, der sich mit solchen Sachen immer besser auskennt als ich. Der Erik vom Kinocast, ein Podcaster, der sich mit Kinothemen beschäftigt. Das ist eigentlich der richtige Ansprechpartner, wenn ich ein Filmchen nicht bei Facebook hochkriege, oder? Ich werde es ausprobieren. Dann eine Weltneuheit, ein Herd von Miele. Ein besonderer Garer, über den hatte ich zuvor schon im Spiegel was gelesen. Dieses Ding verkürzt die Garzeit. Dieses Ding kann also nahezu magisches leisten. Es ist keine Mikrowelle, es ist eine ganz besondere Antenne, die das Essen da drin erwärmt. Und die schafft es, einen Fisch, der in einem Eisblock eingeschlossen ist, so zu garen, dass der Fisch gar ist und der Eisblock nicht weggeschmolzen ist. Und das Kunststück, dass man Knäckebrot erwärmen kann, was zum Beispiel in einer Mikrowelle nicht geht, weil da zu wenig Wasser drin ist. Und, und, und. Man kann Sachen mit unterschiedlichen Garzeiten, also Gemüse zum Beispiel, Kartoffeln und Fleisch, gleichzeitig in diesem Ofen zubereiten. Eine absolute Sensation, wurde da auch von einigen bekannten Fernsehköchen präsentiert und beworben. Und das Ding heißt Miele Dialog Gara. Also, die Antenne unterhält sich mit dem Essen, die stehen im Dialog und machen das Essen mega lecker. Dann habe ich eine tolle Firma kennengelernt, jetzt habe ich dummerweise den Namen vergessen. So ein Mist im Auto, habe ich von denen im Prospekt liegen. Auf jeden Fall eine Haushaltsgerätefirma, die die Vernetzung auf die wirklich allerhöchste Spitze getrieben hat. Leute, ich habe da mit der VR-Brille den Haushalt der Zukunft praktisch von innen gesehen, wo sich der Kühlschrank mit dem Klo und der Geschirrspüler mit dem Trockner unterhält und das Smartphone eine ganz entscheidende Rolle spielt und die Kaffeemaschine auch integriert ist. Und ich dachte zum Schluss, um Gottes Willen, das will ich ganz bestimmt nicht. Und dafür soll es auch noch richtig Geld kosten. Dann eine Premiere, eine Weltpremiere. Die Weltfirma Bosch, die kann nämlich nicht nur betrügerische Autosteuerungen und Motorsteuerungen bauen, wo dann hinterher die Abgaswerte nicht mehr stimmen, sondern die bauen auch Staubsauger, nämlich so kleine Saugroboter. So ein Ding habe ich auch, allerdings nicht so ein cleveres Teilchen wie von Bosch, denn wenn der Saugroboter von Bosch durch die Wohnung fährt, beim ersten Mal erstellt er eine Grundrisskarte eurer Wohnung. Ihr könnt dann den einzelnen Räumen Namen geben. Und der Gag ist, mit dem Tipp auf das Smartphone könnt ihr beispielsweise sagen, jetzt bitte einmal nur die Küche saugen oder bitte nur das Schlafzimmer saugen. Das vermisse ich bei unserem Staubsauger. Ich hoffe, dass die Firma Vorwerk dieses Feature noch nachrüstet in der App, weil es ist ja mutmaßlich nur ein Stück Software, was diese revolutionäre, muss ich sagen, Bedienung ausmacht. Ob das Ding gut saugt, ich wage es zu bezweifeln. Nicht für umsonst ist ja der Vorwerk-Sauger der Testsieger bei der Stiftung Warentest, wenn es um die Saugroboter geht. Aber diese Funktion ist allemal ein nettes Gimmick. Ja, jetzt könnt ihr euch Gedanken machen. Was braucht ihr alles in eurem Haushalt? Was wollt ihr? Schaut euch gerne die Bilder an bei Facebook. Das war es nämlich für heute mit der IFA-Edition des Nachtzugs nach Hamburg. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Raiko 2. 3. 7. 10. 11. 12.